Ja, und da sind wir direkt schon wieder. Let's play, die Gimmel, machst das online. Yo, 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 ein paar Nachmittag wird jetzt hier rauskauen. Wir wollen dann schnell weiter leveln hier. Ui, ui, ui. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, wie immer, ne? Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Boah, geil. Hä, war der gerade nicht noch 29, äh, 30 oder 29 oder so? Oh, tot, tot. Du bist tot, du bist tot, du bist tot. Nein, du hast überlebt. Ja, jetzt geht's halt leveln hier wieder, jawohl. Wenn er 20% hier fasst. Und meine File Island-Teile wachsen. Also, was passiert jetzt eigentlich noch? Ja, ich versuche irgendwie noch ein paar Backups aufzuteilen und ein paar Arc-Klone. Sind doch gerade günstig im Cash-Shop. Ich weiß nicht, vielleicht hole ich mir die auch im Cash-Shop, weil die gerade 30% billiger sind. Weil es mich richtig ärgert. Ja. Und Kacke, finde ich, ist, dass man im Cash-Shop keine Chicken-Kombos kaufen kann. Das wird dann auch viel geiler, finde ich. Aber man kriegt ja nicht alles im Leben geschenkt, ne? Und er zieht ganz schön viel DS in dieser Strahlung. Atomic Blaster. Ja, Sabaleo habe ich auch noch nicht. Muss ich auch noch machen. We are young. Everybody dance now. Die Musik, ey, ich liebe solche Musik einfach nur. Hau die Papper rein. Boah, ist mal fit geht, ey. Obwohl wir erstmal gleich 9 Uhr haben. Morgen ist schon wieder Schule. Ist das geil. Aber dass ich jetzt um 12 Uhr habe. Ist das no problem. Kann ich schön für 10.30 Uhr pennen. Ja. Ich bin. 37 ist er schon, der Bäder. Bobum. Ja. Angewohnnen habe ich auch. 73. mein drittstärkstes keine Ahnung warum ich das auf einmal gelevelt hab hab ich günstig bekommen für 4T na ok war ja oben angeboten ja Fall Island ja Bosskarten haben wir noch so 4 davon in 16 Minuten gibt's die war ein Banana und die werden direkt schon wieder attackiert hier Double Attackation aber das beenden wir schnell ist klar mit 1% du überlebt ja noch wenn ich beide Skills draufhau ja ne ist klar schnapp ihn dir Sabaleo man äh schnapp ihn oh ich muss der DIST einschmeißen eine DISC boah wir sind gleich schon wieder ein Level ab ey fucking ist das geil komm Laser dj ma dj ma a rang b rang soweit sammle ich gar nicht mehr ein was die ander dahin sammeln ich finde das voll unnötig das erste höheren oh jetzt freuen die sich für ihre F2 boah scheiß jetzt hab ich nicht schicken Kommen wieder umsonst eingesetzt das heißt jetzt Skills raushauen ohne Ende irgendwas riecht hier komisch bei mir zu Hause es riecht nach Toast Boah ey alles sammelt dir ein ey jawoll 233 schon BÄM so 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 und so schießt den Plasma Atomic Blaster ab obwohl die schwach gegen mich sind mache die nur übelst fett dmg noch mal Atomic Blaster und ich schau die ganzen Leon und hier weg alles fick Waste 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 mit Chicken Combo und Atomic Blaster was machen wir denn jetzt noch so ein bisschen rumlaufen hier Parcours Skill Level und ne File Island ich bin gespannt was ich von Random Egg bekommen wenn wir die 650 Essenzen gesammelt haben dann gibt es nämlich Geschenke ich bin hier noch mehr beschäftigt mit Whatsapp und all so ein Kram in die ich texte mich alle zu echt ey alle stellen sie mich bei der Arbeit oh hör mal das geht gar nicht KMH noch mal ne KMH noch mal ne KMH noch mal ne KMH noch mal ne KMH wie viele Punkte haben wir denn schon auf unser Skill Level 12 schon 36912 ich könnte dreimal auf die F2 skillen aber die ich finde die links ist besser die F1er da kommt 3 da drauf hier fertig aus komm mach dieses mächtigen zahber leomon fertig die Musik ist auch gerade geil also ist random aus dem Internet und sie ist gleich schon Ende das kann doch nicht wahr sein das darf nicht wahr sein das darf nicht passieren oh 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 das hat aber ganz schön laut angegangen ganz schön laut das tut mir very sorry oh wer ist denn da schon wieder rausgegangen gibt das doch nicht ey immer diese rausgegangen kann man ein bisschen lauter machen also mindestens so in weit loto loto roll 3 geht doch geht doch ich bin ganz schön veröffentlichen nicht viel gefarmt aber wir haben schon einiges Sauber Leomon. Ich werde nicht zulassen, dass du die Erde beschmutzt, zerstörst und sonstiges. Ja, ja. So, bumm. Und nochmal. Eine schöne F2-Attacke. Leute, der geht direkt schon raus. WTF? Wackenlapo. Party. 3, 4. 33 plus plus plus. ch2. Oil. 3. WM. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5.